Herzlich willkommen bei Money Talks hier in der Lounge von Ballast Capital. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, nämlich über B2B-Sales. Und ich freue mich, dass wir Ben Rougin bei uns zu Gast haben. Hallo Flo, danke für die Einladung. Hallo Ben. Ich höre sehr oft, dass B2C sehr viel einfacher ist als B2B. Stimmt das wirklich? Es ist weder einfacher noch schwerer. Ich glaube, es kommt auf dein Produkt an, auf den Preis an, auf den gesamten Kontext, der dein Unternehmen umgibt. Also es ist eine andere Art, Sales zu machen. B2B-Sales verkaufst du an Unternehmen. Da sind in der Regel verschiedene Leute im Entscheidungsprozess auch involviert. Und bei B2C-Sales verkaufst du eben eher an Einzelpersonen, die alleine entscheiden können, ob sie dein Produkt kaufen oder nicht. In der Regel ist B2B-Sales etwas personenlastiger. Also es ist mehr so eine persönliche Interaktion im Sales-Prozess involviert. Und bei B2C-Sales kannst du sehr viel mehr automatisieren, weil es einfacher ist, das Produkt zu verkaufen. Kannst du vielleicht für unsere Zuseher ein Beispiel nennen für ein klassisches B2C und dann für ein B2B? B2C-Sales ist zum Beispiel Facebook verkauft Werbung an Konsumenten. Also ich kann jetzt mein Foto nehmen und das boosten. Und ich hau da fünf Euro rein und dann schaffe ich mehr Reichweite. Und B2B-Sales ist, ich versuche dir eine Personaldienstleistung zu verkaufen, indem ich dir einen Mitarbeiter vermittle. Du als Unternehmen zahlst mir dafür Geld, dafür, dass ich eine Leistung für dich erbringe. Also zwei sehr unterschiedliche Dinge. Du hast es schon erwähnt, auch im B2B, also in dem Zielkunden, sitzt ein Geschäftsführer, ein Entscheidungsträger. Das heißt, man könnte fast sagen, es ist B2B, das heißt Business to People. Ich glaube, dass die Grenzen hier ein bisschen verschwimmen, dass man das nicht so eng sehen kann. Wie siehst du das? Wie sehr muss man diese Einzelperson, also diesen Entscheidungsträger, dann mit einbinden in diesen Prozess? Naja, also beim B2B-Sales geht es ja darum, einen Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dein Produkt zu verkaufen. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen, aber in der Regel, wenn du jetzt einen Top-Down-Prozess verfolgst, geht es auch sehr stark darum, eine Beziehung aufzubauen, ein bisschen eine Freundschaft vielleicht auch einzugehen mit dieser Person, um dann einfach ein positives Verhältnis zu haben, um dann auch den Vertrieb zu erleichtern. Wohingegen beim B2C-Sales ist es oft eher automatisiert und beinhaltet weniger persönliche Interaktion als bei B2B. Also das ist so ein grundlegender Unterschied, den ich sehe. Jetzt haben wir, also unsere Kunden sind ja auch im Business-Bereich tätig. Das heißt, wir akquirieren KMUs, also mittelständische Unternehmen, die vielleicht verkaufen wollen, die eine Finanzierung brauchen. Und da brauchen wir eben, wie du es schön erzählt hast, diese Beziehung zu dem Entscheidungsträger. Gibt es da Möglichkeiten, so etwas zu automatisieren? Also du kommst um die persönliche Interaktion mit dieser Person nicht herum. Du musst dir die Frage stellen, was ist das für ein Mensch? Du musst recherchieren, was interessiert diese Person? Du schaust dir sein LinkedIn-Profil an, du machst eine Google-Suche, du fragst vielleicht Freunde von euch oder Bekannte, gemeinsame Kontakte, was sie über diese Person wissen, um dann eben die Beziehung mit dieser Person aufzubauen, damit auch ein Vertrauensverhältnis entsteht. Gleichzeitig kannst du natürlich digitale Kanäle bespielen, also du kannst Online-Werbung schalten, du kannst Retargeting verwenden. Das heißt, wenn du als Entscheidungsträger auf meine Website kommst oder ich als Entscheidungsträger auf deine Palace Capital Website komme, dann kannst du mir automatisiert über Facebook, über das Google Display Netzwerk und andere Kanäle, ob es TikTok, Instagram oder Twitter ist, Werbung ausspielen und mich über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg begleiten. Das heißt, du poppst immer wieder auf meinem Bildschirm auf, ich erinnere mich oder werde immer wieder automatisiert an dich erinnert und das hilft natürlich vor allem dann, wenn es einen Sales-Zyklus gibt, der länger dauert. Also wenn ich einen Laptop kaufe, gehe ich zum Mediamarkt und kaufe einen Laptop und entscheide das auf der Stelle. Wenn ich aber ein Auto kaufe oder wenn ich eine eher teure Dienstleistung kaufe, dann brauche ich natürlich länger, um diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, der Sales-Zyklus ist länger und da hilft es, wenn du diese Person immer wieder und wieder an dich erinnerst. Und wo ist da die Grenze? Zum Beispiel, du bist auch Shareholder bei Via Developers und wir bieten das Service an, wir verkaufen deinen Firmenanteil, wenn so gute Bewertungen bezahlt werden. Und du sagst, du willst aber jetzt im Moment nicht verkaufen und ich schicke dir immer wieder so einen Impuls und du sagst, jetzt geht mir das schon auf die Nerven, jetzt klicke ich das weg. Wie ist hier die Grenze? Wie schaffe ich das, dass du interessiert bleibst? Also ich glaube, das Wichtige ist, dass du in der Kommunikation, die du mir schickst, eine Frequenz hast, die mich nicht völlig fertig macht. Also 20 Mal am Tag jetzt ein Video von dir zu sehen zum Beispiel, das wäre ein bisschen zu viel. Zehn Mal würde ja okay sein. Aber wenn ich jetzt, wenn wir jetzt heute dieses Gespräch haben und du sagst, du verkaufst uns unsere Firma und ich sehe Palace Capital oder dich jetzt drei, vier, fünf Mal in der Woche vielleicht mit vertrauensbildenden Messages. Das heißt, einmal sehe ich eine Fallstudie, wo ihr einen unglaublich erfolgreichen Exit auch in der Digitalbranche hingelegt habt. Einmal sehe ich ein Zitat von dir, das ich einfach gut finde, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Einmal sehe ich ein Testimonial-Video von einem zufriedenen Kunden, dessen Unternehmen du verkauft hast. Das baut natürlich Vertrauen auf. Und ich persönlich erlebe das schon, dass ich einen Menschen erlebe oder ein Unternehmen erlebe, wo ich am Anfang vielleicht nicht den positivsten Eindruck habe. Und mit der Zeit weicht sich das auf und dann baue ich mehr und mehr Vertrauen auf. Und vielleicht rufst du ja zwischenzeitlich tatsächlich auch mal persönlich an oder meldest dich mal über WhatsApp oder über eine andere Nachricht. Und das hilft natürlich schon, das Gegenüber ein wenig weich zu klopfen. Deshalb glaube ich, dass du schon viel automatisieren kannst. Du kannst natürlich auch personalisierte Newsletter verwenden. Du kannst LinkedIn-Tools verwenden, um auch da personalisierte Messages zu schicken. Wichtig bei der Automatisierung ist, du kannst zwar sehr viel personalisieren, aber dein Gegenüber sollte nicht das Gefühl haben, dass es jetzt eine automatisierte Nachricht ist. Dass es eine Nummer ist. Ja, dass es eine Nummer ist. Oder dass ich einfach jetzt einer von 20.000 Empfängern deiner Nachricht bekomme. Also man kann das einmal machen, aber es sollte nicht zu oft passieren, weil das wird nicht so gern gesehen. Wir machen immer noch die klassische Telefon-Kaltakquise. Wie stehst du dazu? Ja, also bei We're Developers haben wir auch ein Telesales. Wir haben ein Key Account Management Team, das fokussiert sich auf die Großkunden. Das sind wenige Deals, aber dafür große Deals. Und dann haben wir ein Telesales, das fokussiert sich auf kleinere Deals, also auf die Masse. Und da werden schon so zwischen 60 und 100 Anrufe pro Tag getätigt. Ich glaube, dass Telesales immer noch die direkteste Art ist, mit Menschen in Kontakt zu treten. Du brauchst natürlich die Telefonnummer. Das heißt, du solltest ein Research Team, ein Pre-Sales Team haben, die diese ganze Recherche für dich machen, damit du als teurer oder wichtiger Verkäufer oder Verkäuferin dich voll und ganz auf das Telefonieren, und auf die Schlagzeile konzentrieren kannst. Und du brauchst natürlich einen Pitch, der wirklich gut zieht. Also wir beide bekommen täglich Anrufe oder LinkedIn oder Instagram Nachrichten, wo wir uns einfach in den Kopf fassen und sagen, das kann ja nicht deren Ernst sein. Gleichzeitig bekommen wir hin und wieder Menschen, die uns herantreten und Kontakt aufnehmen, die das extrem gut machen, die einfach einen guten, seriösen Pitch haben, wo wir nicht das Gefühl haben, dass wir hier irgendwie über den Tisch gezogen werden. Und am Ende des Tages geht es um zwei Variablen. Das eine ist einfach die Schlagzeile, also die Quantität. Und das andere ist die Qualität. Also natürlich macht es einen Unterschied, ob ich drei Kaltanrufe pro Tag tätige oder ob ich 50 oder 100 mache. Weil am Ende des Tages habe ich eine Conversion Rate, die ist vielleicht bei zwei, drei oder vier Prozent, wenn ich gut bin. Das heißt, bei 100 Calls gewinne ich vier Kunden. Und wenn ich eine Average Deal Size habe von 1000 Euro und ich mache 100 Calls am Tag und gewinne vier Kunden, dann habe ich 4000 Euro am Tag verdient. Und die eine Variable ist, wie gesagt, die Quantität und das andere ist die Qualität. Also du kannst natürlich auch 100 Calls machen und kein einziger konvertiert zu einem Kunden, weil dein Pitch einfach nicht gut ist. Und ich glaube, vor allem, wenn du juniorige Telesales-Mitarbeiter hast, musst du die gut ausbilden. Du musst die trainieren und schulen. Und du darfst auch nicht aufhören, die zu trainieren und zu schulen, um wirklich sicherzustellen, dass die einfach den bestmöglichen Pitch und das bestmögliche Gespräch mit dem Kunden führen. Sehr gut. Wenn jetzt ein mittelständisches Unternehmen im B2B-Bereich ist und sagt, ich weiß nicht mehr weiter, können die sich dann an dich wenden oder sollen die sich an einen Coach wenden im Internet oder was macht so ein Unternehmen? Wenn die nicht weiter wissen, wie sie den Vertrieb machen sollen. Genau. Ja, dann sollten die sich einen Experten oder eine Expertin suchen. Ich wäre jetzt so einer. Das man kann nicht buchen. Es ist nicht mein Kerngeschäft, aber ich mache es hin und wieder, dass ich Leute im Vertrieb ein bisschen coache. Aber es ist nicht mein Kerngeschäft, wie gesagt. Aber natürlich, du brauchst jemanden, der dieses Wissen nicht nur angelesen hat, sondern der das tatsächlich gemacht hat. Das heißt, wenn du dir jemanden suchst, der dich im Vertrieb unterstützt, sollte die Person mindestens fünf Jahre Vertriebserfahrung haben. Die sollte sehr, sehr gut sein, darin selber zu verkaufen. Also die muss einfach im Schlaf verkaufen können. Und gleichzeitig sollte diese Person sehr viel Erfahrung haben darin, wie du Vertriebsteams aufbaust. Also die Schwierigkeit im Vertrieb ist, der Vertriebserfolg hängt von sehr vielen Variablen ab. Du musst deine Hausaufgaben machen im Unternehmen und du brauchst etwas, das nennt sich Operational Excellence. Das heißt, es muss alles funktionieren. Dein Marketing muss funktionieren, dein Kundenservice muss funktionieren, dein Produkt muss funktionieren, es muss die Expectations der Kunden erfüllen. Also es muss tatsächlich das liefern, was du den Kunden versprichst. Und nur wenn das und viele andere Variablen, wie zum Beispiel auch die interne Kommunikation im Unternehmen zwischen Vertrieb und dem Produktteam oder dem Vertrieb und den Dienstleistern, wenn das alles gewährleistet ist, dann kannst du anfangen rauszugehen und zu verkaufen. Wenn eine von diesen Sachen nicht stimmt, dann kannst du tausend Calls am Tag machen. Es wird halt nichts bringen. Gibt es eine Chance, dass man B2B-Sales komplett digitalisiert, ohne dass man wirkliche Personen dazwischen schaltet? Oder glaubst du, das ist eine Illusion? Also ich glaube, es gibt bestimmte Branchen, in denen das sehr wohl möglich ist. Kannst du ein Beispiel nennen vielleicht? Nehmen wir zum Beispiel Facebook-Werbeschaltung. Facebook verdient, ich glaube, drei Viertel seines Geldes mit Facebook-Werbung, die eben Privatpersonen oder auch Unternehmen schalten können. Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die geben kleine Beträge aus, die geben 100 oder 500 Euro im Monat aus. Das ist komplett automatisiert. Da wirst du nie einen Accountmanager auf der anderen Seite haben, der jetzt mit dir spricht und eine Frage beantwortet, weil es rechnet sich für Facebook nicht. Wenn du jetzt aber ein großer FMCG-Konzern bist, wie Coca-Cola oder Nestle oder ein Unternehmen, das jetzt ein paar hunderttausend oder Millionen von Euro oder noch mehr für Facebook-Werbung ausgibt, dann rechnet es sich für Facebook, dass eine Person auf der anderen Seite sitzt, die natürlich Vertriebsziele hat, die natürlich möchte, dass du mehr und mehr und mehr ausgibst, aber die dir auch hilft, dass du bessere Ergebnisse erzielst. Also das ist dann wirklich so ein Solution Sales, die educaten dich auch, also die bringen dir bei, wie du das meiste aus dem Produkt rausholst und wirklich Resultate gewinnst. Das heißt, ab einer bestimmten Deal Size macht es Sinn. Das heißt, du glaubst, es ist immer eine Mischung zwischen der digitalen, sozusagen Verhandelstruktur und einer Person, die dann die Kommunikation auch zusätzlich mit übernimmt? Du kannst bestimmte Produkte, kannst du komplett digitalisiert verkaufen, aber ab einer bestimmten Größe macht es für dich als Anbieter einfach Sinn, dass du da auch eine Person zur Verfügung stellst, weil du da einfach ein riesengroßes Umsatzpotenzial hast. Was würdest du einem Unternehmen aktuell empfehlen, die also im B2B-Bereich tätig sind, aber noch nichts digital haben, im digitalen Verkauf? Was sollen die machen? Sollen die ihren persönlichen Netzwerkverkauf beibehalten? Sollen sie sich umstellen in der Zukunft? Was wären so deine drei wichtigsten Empfehlungen? Also es hängt natürlich ab von der Gesamtsituation des Unternehmens, aber das Erste ist, ich würde empfehlen, dass sie sich einen Berater oder eine Beraterin holt, die wirklich diese Qualifikationen hat und die berechtigt ist, dem Unternehmen da auch Beistand zu leisten und zu unterstützen. Es sollte mal der komplette Sales-Prozess analysiert werden, weil es kann sein, dass auch ohne digitale Sales-Prozesse jetzt schon einiges schief läuft. Das heißt, du musst einen Sales-Prozess aufsetzen, der wirklich aus, der das Ziel erfüllt, der wirklich das Marktpotenzial voll und ganz ausschöpft. Ganz egal, ob das heißt, dass du einen Außendienst hast, einen Innendienst, ein Callcenter, externe Callcenter, wie auch immer das aussieht und diesen Sales-Prozess, den musst du komplett neu aufsetzen, wenn du ein Unternehmen bist, das jetzt gar keinen digitalen Vertrieb macht. Was ist wichtig? Es gibt viele digitale Tools, die viele Dinge für dich automatisieren können. Also mir tut es immer weh, wenn ich sehe, wie Vertriebsleute Arbeit machen, die man automatisieren kann. Beispiel. Was wäre zum Beispiel? Nach E-Mail-Adressen suchen. Es gibt Tools, die du an LinkedIn zum Beispiel anschließt, die automatisiert die E-Mail-Adressen dieser Personen entweder identifizieren oder prognostizieren, weil das Unternehmen halt Vorname, Punkt, Nachname, bestimmte Muster in den E-Mails hat. Das ist etwas, wenn eine Sales-Person oder sogar ein Research-Team aus Praktikanten oder Juniors Zeit damit verbringt, jetzt auf Google nach E-Mail-Adressen zu suchen, das kannst du total automatisieren, indem du einfach ein Tool, wie zum Beispiel Luscha, ist so ein Tool, das aus Facebook E-Mails rauszieht oder aus LinkedIn. Du kannst einfach Dinge beschleunigen. Das heißt, automatisiere alles, was automatisiert werden kann und versuche, wirklich eine Maschine aufzubauen. Ich treffe immer wieder Unternehmerinnen, die im Vertrieb immer noch davon abhängig sind, dass der CEO oder die CEO Dinge aus der Hüfte schießt. Die muss immer Stunts machen. Da braucht es immer einen Florian oder einen Ben zum Beispiel, der jetzt rausgeht und irgendwie Kunden aufreißt. Das ist natürlich gut und ein CEO sollte nie aufhören, draußen am Markt präsent zu sein und zu verkaufen, aber vieles im Vertrieb kannst und musst du automatisieren, weil deine Konkurrenz tut das auch. Und ich erlebe das immer wieder, Leute, die einfach, die entweder gar keinen Outbound Sales machen, also die sich ausschließlich darauf verlassen, dass irgendwie Kunden zu ihnen kommen und sie irgendwie finden und Kunden, die halt auch einfach mit Oldschool-Systemen arbeiten. Die haben kein CRM-System, die haben keine Sales-Automatisierung. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich kann mich jetzt hinsetzen und einem Kunden heute eine E-Mail schricken. Übermorgen mache ich ein Follow-up und nächste Woche mache ich ein drittes Follow-up und dann rufe ich die Person an. Das kann ich persönlich machen. Ich setze mich hin und das kostet mich halt dann 30, 40 Minuten oder je nachdem. Ich kann aber auch ein Sales-Automation-Tool einsetzen, wo diese Person automatisch drei, vier E-Mails bekommt, bis die Person antwortet. Also wenn sie nach der ersten E-Mail antwortet, da gibt es natürlich keine weiteren E-Mails, aber das kannst du automatisieren und du kannst es tracken. Und was ich auch empfehlen würde, ist, dass wirklich der gesamte Sales-Prozess auch visualisiert wird in einem Dashboard. Also für mich ist es wichtig, dass ich einen Bildschirm hängen habe in dem Raum, wo die Vertriebler sitzen oder einfach ein Dashboard habe, dass die auch remote sehen können, wo ich einfach sehen kann, wer macht wie viele Anrufe am Tag, wer hat heute schon wie viel geclosed, wer hat wie viele Kunden in der Pipeline Angebot wurde rausgeschickt. Und das zu visualisieren ist extrem wichtig, weil dann weißt du, wo du stehst. Dann kannst du auch gute Prognosen machen über den Cashflow, der dich in den nächsten Monaten erwartet. Und die Vertriebsleute werden natürlich auch angespornt, selber aktiver zu werden. Weil wenn du in einem Telesales-Team bist und du hast, da sitzen zehn Teleseller und du bist derjenige, der noch nur drei Calls gemacht hat und es ist schon Mittag und die anderen sind schon bei 20, 30 Calls und haben schon Deals geclosed, dann hast du natürlich den Druck, da auch zu verkaufen. Ich sehe schon, wenn du noch Kapazitäten frei hast, wenn wir nach diesem Gespräch einen Deal machen, wo du uns auch hilfst, noch in die nächste Liga zu kommen. Ben, dieses Format heißt ja auch Money Talks und deswegen interessiert mich sehr, wo du dein Geld investierst. Was machst du mit deiner Kohle? Also ich bin so ein bisschen ein Aktien-Junkie. Dass du zockst, wenn du Junkie bist oder machst du langfristige Vermögensvorsorge? Nein, also ich erfolge eine langfristige Strategie. Ich bin fast ausschließlich in der Branche aktiv, in der ich mich am besten auskenne, also in der Tech-Branche, wobei ich dazu sagen muss, das ist für mich keine Branche. Also wenn ich in... Das ist fast schon Religion. Nein, aber es gibt Branchen wie zum Beispiel Öl, Automobil, Pharma. Das sind Branchen. Wenn ein Trend kommt, der eine Pharmafirma bergab schickt, dann werden wahrscheinlich auch die anderen Pharmafirmen bergab geschickt, außer es gibt ein Konkurrenzverhältnis. Aber das ist jetzt Nebensache. Aber bei Tech-Firmen, was hat Facebook mit Microsoft zu tun? Außer, dass Microsoft einen kleinen Prozentsatz an Facebook gehört. Facebook ist ein Social Network, Microsoft ist ein Cloud-Anbieter und ein Business-Process-Automation-Anbieter. Wir kategorisieren sie zwar beide als Tech-Firmen, aber sie haben wenig miteinander zu tun. Microsoft verdient vor allem von Unternehmen, die einfach hohe Fees dafür zahlen, dass sie ihre Daten dort lagern und ihre Software nutzen. Facebook verdient an Werbetreibenden, die Geld für Werbung ausgeben. Google wiederum, oder Alphabet, ist ein komplett diversifiziertes Unternehmen. Die machen zwar zwei Drittel mit Search, aber sind in vielen anderen Branchen aktiv. Das heißt, man kann die Tech-Firmen nicht alle in einen Topf werfen, aber ich versuche, mich auf Unternehmen zu fokussieren, die sehr stark skalieren. Skalierung heißt Economies of Scale, das lernen wir in der Volkswirtschaft. Die Kosten pro produzierter Einheit werden geringer, je mehr Einheiten produziert werden. Und das ist das Spannende an diesen digitalen Produkten, dass du sie eigentlich einmal entwickeln musst, du musst sie dann noch weiterentwickeln und warten und verbessern und optimieren. Aber du hast halt diesen Hockey-Stick, den Automobilfirmen weniger haben, weil sie halt jedes Auto von 0 auf 100 bauen müssen. Hast du jetzt einen Tipp, wo ich jetzt konkret investieren könnte, damit jetzt in den nächsten Wochen dieser Hockey-Stick eintritt? Also ich glaube, es gibt bestimmte chinesische Aktien wie Alibaba, Tencent, Huawei. Alibaba hat aber gerade Probleme mit der Regierung. Wie siehst du das? Glaubst du, wenn die das lösen? Naja, die chinesischen, die großen chinesischen Unternehmen haben natürlich das Problem, dass die chinesische Regierung es nicht so gerne sieht, wenn jemand mächtig wird. Und das ist ein Risiko. Das ist einfach ein politisches Risiko, dass die ausgebremst werden von der Regierung. Natürlich muss man da vorsichtig sein. Deshalb würde ich nicht zu viel Exposure in den chinesischen Markt legen und ein bisschen mehr diversifizieren. Wird dir jemand erzählen, dass du ein großer Tesla-Fan bist? Ja, also da gibt es jemanden, der hat einfach in 15 Jahren eine Branche überholt, die seit hunderten Jahren aktiv ist. Oder seit mehr als hundert Jahren aktiv ist. Und das finde ich schon faszinierend. Die klassischen Automobilhersteller haben sich darauf konzentriert, Motoren zu bauen, schöne Schalen zu bauen, Marken aufzubauen. Und die hatten ja in den 80er Jahren schon selbstfahrende Autos. Also Daimler hatte in den 80er Jahren ein Auto, das sieht sehr ähnlich aus wie die letzte A-Klasse. Das konnte autonom fahren, das konnte einparken und so weiter. Aber was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, die langfristige Zukunft, das ist alles schön und gut. Vielleicht kommt das irgendwann. Wir fokussieren uns jetzt darauf, die Kuh zu melden. Das heißt, die haben sich auf das Tagesgeschäft fokussiert und nicht auf die langfristige Vision. Und das war ein riesengroßer Fehler. Gleichzeitig glaube ich, dass die Automobilhersteller sehr konservativ sind, weil es immer auch um Shareholder Value gegangen ist, weil die sehr erfolgreichen Automobilhersteller auch vor allem in Europa aktiv waren am Markt, wo einfach eine konservativere Kultur herrscht. Und dann kam halt jemand, der hieß Elon Musk, und der konnte machen, was er wollte. Er macht doch heute noch viel, viel Eigensinniges, was den Shareholdern vielleicht nicht so gefällt. Aber der ist halt Risiken eingegangen, die die anderen nicht eingehen konnten. Und ja, es ist erstaunlich. Also ich meine, es werden mehr Teslas in den USA verkauft als Mercedes-Benz Automobile. Das ist schon eine Leistung. Ich glaube, ich sollte ein zweites Interview machen, wo wir über Tech-Aktien reden und über Elon Musk, weil es ist ein wahnsinnig faszinierendes Thema. Du hast auch sehr, sehr viel Know-how. Danke auf alle Fälle fürs Kommen und für deine tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, dass wir uns bald wieder austauschen können. Danke für die Einladung. Alles Gute. Danke. Liebe Zuseher, wenn Sie an B2B-Sales-Optimierung interessiert sind, kontaktieren Sie den Ben. Wir werden die Kontaktdaten unter dem Video verlinken natürlich. Danke für Ihr Interesse und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen beim nächsten Money Talks.